Willkommen zurück nach der Mittagspause. Hier beim 11. Internationalen Musikfestival in Wienzburg im Raiffeisensaal. Es geht keiner auf, Raiffeisensaal, die sind jetzt alle nicht mehr wunderbar. Und ich möchte, bevor wir anfangen, einmal gleich die Jury vorstellen, die jetzt gerade noch kurz berät. Wir haben eben ein Jugendorchester Mittelstufe Marathon hinter uns. Der war sehr schön, aber auch sehr angeschränkt. Und jetzt, vor allen Dingen für die Orchester, wie es immer so ist. Und jetzt haben wir hier die Jury, also einmal die Platz, die wir noch haben, die ist international, wie das ganze Festival besetzt. Der Vorsitzende hat Georg Penz aus Deutschland. Neben ihm sitzt der Peter Stricker aus der Schweiz. Und als drittes Land vertreten ist Russland mit Konstantin Ischenko. So, das ist die Jury, da sitzen aber vier. Das ist was Neues. Der Alexander Schröder ist als Volontär da. Er ist Lärmeauftragter der Hochschule für Musik in Nürnberg. So, jetzt sage ich Ihnen noch, in welcher Kategorie gespielt wird. Die sind schon ganz nervöschen. Wir spielen jetzt, also er spielt jetzt die Kategorie 4, Akkordeon Ensemble, Amateure, Oberschule. Und da hören wir, das Akkordeon Ensemble. Hier steht nur MDA 1. Ich habe gegoogelt. Musik, Fendans, Schule, Ames, Oberschule. So, die spielen unter der Leitung steht hier von dem Robert Waas. Aber natürlich ist der Robert Waas da hinten irgendwo. Und das Ensemble hier vorne. Sie kommen aus Amsterdam, Niederlande und spielen Ballett-Tango von Astropia Zoller. Und ich sage, ob er wünscht, um den in Niederländisch. Welcome and failed success in Innsbruck. Und ich sage, ob er wünscht, um den in Niederländisch. Und ich sage, ob er wünscht, um den in Niederländisch. Und ich sage, ob er wünscht, um den in Niederlande und gegen sie Así geht. Und ich sage, ob er wünscht, um den Wasser in Niederländisch. Und ich sage, ob er wünscht. Und er wünscht, um den Niederländisch. Und um den soluzubEnt estrat z셨어요. Und ich sage, ob er wünscht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Applaus